Aufpassen, Warmduscher! Call of Duty Elite steht vor eurer Tür. Ihr wollt die Ausrüstung, mit der euch Haare auf der Brust wachsen? Nehmt Elite! Ihr wollt neue Karten für eure Konsole vor allen anderen? Nehmt Elite! Elite bringt 9 Monate neue Karten, Spielmodi und Inhalte. Jeden verdammten Monat neu, damit das Spiel frischer als eure Unterwäsche bleibt. Und wenn ihr die Mappacks eh kaufen wollt, hat sich Elite schon rentiert. Hol's euch! Habt ihr Schiss? Feuer! Wooo! Daddy findet's geil! 2. 3. 5. 6. Untertitelung des ZDF, 2020